Uneingeschränkt solidarischer Freund George W. Bush wird morgen in Berlin eintreffen. Große Sicherheitsvorkehrungen, große, große Demonstrationen, Gegendemonstrationen. Man ist schon sehr aufgeregt in unserer sympathischen Hauptstadt mit sehr viel Herz. Und eine unschöne Meldung, Amerika ist so gut wie zahlungsunfähig. Haben Sie das gewusst? Unsere Sympathie, die letzte verbliebene Supermacht, ist so gut wie pleite. Die USA sind so pleite, Mexiko hat heute die Grenzen dicht gemacht. Das heißt, ich vermute, es wird neue deutsche Begriffe in der amerikanischen Sprache geben. Sie wissen, es gibt jetzt schon Kindergarten, es gibt schon Angst, es gibt natürlich Blitzkrieg. Und der neue Spruch in Amerika wird sein, well, I'm so Holtzmann. Dann, das ist okay. Dann, haben Sie Pinkson zum Teil auf der Autobahn verbracht? Ich hoffe, lassen Sie sich da nicht einschüchtern, ja, von wegen und bleibt zu Hause und so weiter. Unsere Autobahnen brauchen Unterstützung, denn beängstigend schlechter Zustand. Habe ich auch nie gewusst. Eine ADAC-Untersuchung, es drohen, und ich sage das wertfrei, ich sage das nur, um es zu beschreiben. Ich sage es nicht mit ausländerfeindlicher Tendenz, ich sage es nicht, um Kosovo oder Serbien zu präjudizieren, und ich sage nur, wie der ADAC es sagt, es herrschen balkanische Schlaglochpisten. Muss man sagen. Richtig gefährlich wird es allerdings auf der Autobahn, wenn Ihnen das Guido-Mobil begegnet. Na, reicht! Brauchen Sie nicht für jeden Durchschnittswitz sich wegschmeißen. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Witz, den man in diesen Zeiten gefahrlos machen kann. Die deutschen Ausdruckbahnen verrotten. Wenn das der Führer wüsste. Harold, Charlotte und Ben! Unser heutiger Gast ist, wie man ihn in Ihrer Heimat sagt, ausgesprochen Fisch. Sie ist 20 und sie kommt aus Tirol. Und wir haben sehr selten Gäste aus dem schönen Tirol. Eines der schönsten Bundesländer in Österreich. Sie kommt aus Innsbruck. Sie ist 20 Jahre alt. Sie moderiert für Viva Plus. Und sie macht zur Zeit noch ihr Abitur. Und das finde ich das Faszinierende. Mit einer Spezialvereinbarung geht sie in eine Abendschule und schreibt ihre Prüfungen an speziellen Daten, damit sie hier für Viva weiterarbeiten kann. Sie ist, glaube ich, die erste bei Viva, die überhaupt mit einem Abitur in Berührung kommt. In diesem Zusammenhang, ich hoffe, unserem lieben Freund Mola Adebisi geht das schon wieder richtig gut. Oh ja, klar. Das war mein Lieblingssatz übrigens in diesem Jahr. Tut's weh, Herr Adebisi. Habe ich gesehen bei Günther Jauch, Stern TV, als Mola. Ich hatte gedacht, der Unfall wäre viel schlimmer. Verlauf ist es zum Glück nicht. Und dann wurde, glaube ich, ein Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt. Und der Arzt zog die Ferien und sagte, tut's weh, Herr Adebisi. Irgendwie ein Satz, der mich fasziniert hat. Rein durch den Klang, rein durch den Rhythmus. Tut's weh, Herr Adebisi. Besser als manches Parteiprogramm. Tut's weh, Herr Adebisi. Und mein Gast heute aus Tirol, 20 Jahre alt, fisch, intelligent, war mit zwölf Jahren schon Schachmeisterin. Heute zum ersten Mal bei uns Miriam Weichselbraun. Miriam Weichselbraun. Das ist unsere Band immer auf dem Kibli. Jeder, jeder, jede Aktion wird mit einem Geräusch begleitet. Tut's weh, Herr Adebisi. Danke, Sven. Susanna, meine Damen und Herren, ist krank. Unsere Kollegin hier mit den Karten wird heute vertreten von unserer lieben Kollegin Julia. Auch nicht zum ersten Mal. Susanna. Thema heute war Autobahn Putt und USA Pleite. So, sonst keine besonderen Vorkommnisse, keine Geburten, nichts. Nein, hast du Susanna auch richtig geschrieben? Mit Z. Das ist so ein, wenn ich eilig bin, weil wir heute so viele tolle Themen haben, habe ich Susanna sensationell geschrieben. Susanna mit Z. Nur noch zehn Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht oft gefragt, woher kommt dieses fulminante Fachwissen bei Herrn Schmidt und Herrn Andrag? Vor allem bei Herrn Andrag, aber auch mein Fachwissen im Bereich Fußball ist phänomenal. Abend für Abend weiß ich, dass das in deutschen Wohnzimmern diskutiert wird. Es gibt keine pauschalen Floskeln von mir im Zusammenhang mit Fußball. Es gibt ein Spielerwissen bis weit in die zweite Liga hinein. Übrigens in Berlin sind es Sicherheitsmaßnahmen, deswegen unseren Freund George Stadlio Busch. Und der Klassiker ist mittlerweile das Verschweißen von Gullideckeln. Das ist der Klassiker, weil morgen früh, habe ich gerade den ARD-Reporter gesehen, gehen Froschmänner in die Kanalisation, um zu sichern, dass von der Kanalisation aus keine unschönen Zwischenfälle kommen. Hier in Müllheim wäre es nicht möglich, die Gullideckeln zu verschweißen, weil dann kämen unsere Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit. Und, und, was ich auch gehört habe, Sicherheitsmaßnahmen. In weiten Teilen Berlins dürfen die Bewohner während des Besuchs nur 45 Minuten pro Tag auf die Straße. Ist ja Ausnahmezustand. Ja, bitte behalte das bei, liebe Berliner. So. Jetzt, dieses Buch, keinerlei kommerzielle Verflechtung, es ist einzig und allein, es geht um das überragende Fußballerwissen. Christoph Biermann, Ulrich Fuchs, der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann. Kostet unter teurer Gesichtspunkten 8,90 Euro, vorher 2 Mark, jetzt hat der Verlag die Gelegenheit genutzt. Und in diesem Buch steht alles drin. Wir wissen alles. Moderne Spiel, moderne Spiel. In diesem Buch wird auch Berti McFox rehabilitiert, der die vierte Niederlage in Folge kassiert hat, nach vier Spielen. Nämlich mit seinem Satz, ballorientierte Gegnerdeckung. Das ist richtig. Das ist das moderne Spiel. Und es muss viel gelaufen werden. Es muss viel gelaufen werden und vergessen Sie den Quatsch mit überragenden Spielerpersönlichkeiten. Blödsinn. Auch der Satz, der Star ist die Mannschaft. Steht alles hier drin. Wobei natürlich am besten das Spiel ballorientierte Gegnerdeckung ist, wenn es von überragenden Spielerpersönlichkeiten gemacht wird. Das muss man schon sagen. Aber wo informiert sich? Unser 1 in Bams. In Bild am Sonntag. Und 6 zu 2 gegen Österreich. Tolles Spiel. Hast du es gesehen? Ne. Aber man hört nur Tolles. Und zwar, die Wutliste. Schauen Sie, in Bild am Sonntag war eine Wutliste. Das habe ich auch wieder nicht so begriffen. Ich habe zwei Sachen nicht gewusst, obwohl ich in diesem Buch jetzt alles gelernt habe. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Giovanni Trapattoni der Trainer von Italien ist. Der Nationaltrainer. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass im Grunde nicht alle Spiele bei ARD und ZDF zu sehen sind. Ach. Sondern bei Premiere World. Obwohl ich ja 40 Decoder zu Hause habe. Das heißt nicht mehr World. Es heißt nicht mehr Premiere World, es heißt jetzt Premiere. Premiere. Das World ist Insolvenz angemeldet. Aber Premiere sendet weiter. Und schauen Sie hier, eine Wutliste. Stell dir vor, es ist WM und du kannst Brasilien gegen Frankreich nicht sehen. Tja. Das ist die Wutliste. Nämlich ARD und ZDF zeigen jeweils nur zwölf Spiele. Und ich muss sagen, Bams, das ist falsch. Das ist eigentlich eine tolle Liste. Es sind viele Spiele, wo wir sagen, danke, dass wir die nicht sehen müssen. Ich sage mal so, okay. Also Slowenien gegen Paraguay hätte man gerne gesehen. Und Brasilien gegen Türkei können wir sehen. Das ist sehr wichtig. Ja. Ja. Was ist mit Senegal gegen Uruguay? Hätte man das gerne gesehen? Ja, schon. Ja. Klopper von Uruguay gegen die... Sonst doch... Ich sehe das mir an. Liebe Urus, bleibt euch treu. Urus, fangt nicht an mit diesem modernen Quatsch. Den Ball wieder reinwerfen, wenn er bei Verletzungen rausgekickt wurde und so. Was wir von euch erwarten, Urus, ist das Zusammentreten des Gegners vor den Augen des Schiedsrichters. Seit 30 Jahren. Versteht ihr? Ja. Vor den Augen des Schiedsrichters. Was ich von Uruguay auch erwarte, ist, wenn einer eine gelbe Karte gezeigt kriegt. Ja, dass der Spieler dann macht... Gesundheit. Danke. Dass er sich erkältet. Wärt mir nicht krank. Nein. In diesem Job kann man sich nicht leisten, krank zu werden. Nein. Reisler würde die Bewegung nicht mehr schaffen. Äh... Deutschland gegen Kamerun kann man zum Glück sehen. Alle deutschen Spiele. Alle deutschen Spiele. Auch wenn sie dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel. Ja. Das hat sich alles ARD und ZDF gesichert. Halbfinale und Endspiel sowieso. Aha. Und Spiel um den dritten Platz, falls Deutschland mitspielt. Nur dann? Ja. Dänemark gegen Frankreich kann man auch nicht sehen. Ja, das ist schon doof. Ja, das ist schon doof, oder? Wie man sie einschätzen soll. Und da geht es ein bisschen mit dem dritten Punkt, der dritten Punkt, der dritten Punkt, das ist ein Ja. Ja, das geht doch. als spanische Superstars lieben, kommen selbstverständlich aus Brasilien, Argentinien, Portugal, Frankreich, England. MacManaman. Ich freue mich immer, MacManaman darf nie von Anfang an spielen bei Real, er muss eingewechselt werden. Es ist schön, wenn du im kleinen Kreis sagst, oh da kommt MacManaman, MacManaman, MacManaman. Der ist aber bei der WM leider nicht dabei. Ja, verletzt? Nein, überhaupt nicht im Aufgebot. Zu besoffen? Die Engländer saufen sich jetzt schon in, das hat mir sehr gut gefallen, sie waren in Dubai im Trainingslager, 160 Euro pro Mann und Nacht Rechnung. Wer fährt jetzt eigentlich von uns? Höttges? Klaus-Dieter Silov? Helmut Haller? Wer fährt denn von uns? Wer hat denn Zeit? Wer kriegt denn noch beide Beine auf den Rasen? Wer ist jetzt nachnominiert? Jörg Böhm und Lars Ricken sind nachnominiert. Jawoll! Jetzt aber auch Schluss, die Meldefrist ist vorbei. Ja, ich wäre aber beleidigt, wenn ich nachnominiert würde. Ich würde nicht kommen. Wie ist das denn? Ja, was ist das denn? Du bist jetzt eindeutig zweite Wahl. Lars Ricken wurde mit großem Brimborium nicht nominiert und jetzt plötzlich heißt Lars, pack mal die Koffer, weil die anderen sind krank. Aber psychologisch wichtig. Wir haben jetzt ein Team von hungrigen, gierigen Anfängern und Aufhörern. Ja? Wirklich! Und bisher hatten wir doch immer den Ärger, ein Oldie-Spielmacher. Letztes Mal Matthäus bei der WM, bei der Europameisterschaft und so weiter. Immer die Diskussion, brauchen wir noch, er kann ein Spiel lesen und so weiter. Da fällt mir übrigens ein, wir müssen in unseren Fanartikel-Shop die Fußballfrauen-hohlen-Klamotten-nach-der-Trennung-Ausrüstung annehmen. Das habe ich jetzt mir einfach gesehen. Das ist eine Baseball-Mütze mit solchem Schild, weit über die Augen und Sonnenbrille. Wo man dann nochmal geht und alles nimmt. Ja? Also, Lars Ricken, Böhme, Klose. Ja, riesig, Schneider auf der Außenbahn, Ballack-Zentral. Oli, macht hinten eh alles dicht? Haben wir einen Torwart, der auf eine Parfümflasche ausrutscht? Hallo Spanien! Ja? Sind das eure Superstars in Hotels auf eine Parfümflasche ausgerutscht? Das ist doch unglaublich, oder? Wenn du das für ein DFB-Spiel behaupten würdest, würde der DFB dich anzeigen. Ja. Wenn ich sagen würde, unser Kapitän ist auf der Parfümflasche ausgerutscht im Hotel, würde es heißen, nein, wir benutzen kein Parfüm. Also, Top-Situation für das deutsche Team. Hochmotiviert. Ja. Es lastet kein Druck. Niemand erwartet, dass wir eigentlich ins Viertelfinale kommen. Wir können befreit aufspielen. Genau. Wir können alles zeigen, was in uns steckt. Wir können die Räume eng machen. Wir können Vorchecking spielen. Wir müssen Tackling machen. Wir können, wir können, äh... Wie heißt das, dieses Vorchecking im Mittelfeld? Pressing. Ja. Sehr gut. Ja, Pressing. Pressing müssen wir machen. Wir müssen sehr viel Pressing machen. Wir müssen schnell spielen und jeder muss alles können. Deswegen ist zum Beispiel Toni Polster aussortiert worden. Den Herr Andag... Warst du Toni Polster Fan hier in Köln? Nicht wirklich, nein. Er wurde aussortiert, weil er das moderne Fußballspiel nicht kapiert hat. Das heißt, jeder Spieler muss alles machen. Es genügt nicht, sich vorne reinzustellen und warten, bis die Flanken kommen. Etwa das, was ich abends in der Show mache. Ja. Sie kann den Schreibtisch setzen und warten, bis die Witze kommen. Nein. Man muss auch mal nach hinten aushelfen, wo die Witze... Wenn die Witze brennen. Das ist moderner Fußball. In diesem Zusammenhang haben wir jetzt alles gesagt. Ja. Was muss ich noch nicht sehen? Äh, China gegen Costa Rica. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Oh, ja, ja, ja. Um 8.30 Uhr in Gwangju. Wo ist eigentlich Gwangju? Südkorea. Ist das Südkorea? Glaub schon. Man weiß ja gar nicht, wo das ist. Man weiß auch nicht, ist es eine Stadt oder ein Auto. Über Korea darf man solche Witze machen. Wenn man es zum Beispiel über andere Länder oder so... Es gibt eine klare Länderhierarchie. Ja, gut. Es gibt eine Länderhierarchie... Da gibt es aber auch oft keine Autos her. Jetzt hätten wir das Thema... Da haben sie sich abgeschlossen. So. Knaller. Den Blog beendet. Cool. Helmut übrigens ist am Pfingst gegen eine Glastür gelaufen bei sich zu Hause. Ehrlich? Ja. Als Überraschung für die Familie. Oder war es ein Unfall? Ich habe das einfach nicht gesehen. Das ist mir noch nie passiert. Weil wir haben so Badezimmer und Schlafzimmer mit der Glaswand getrennt. Entschuldige bitte. Die Badezimmer ist mit der Glaswand bei dir zu Hause getrennt? Ja. Das heißt, wer im Schlafzimmer noch liegt, kann den Partner im Bad sehen? Ja. Auch wenn er sitzt? Äh... Im Bett? Ja. Ja, wir haben eine extra... Die Toilette ist woanders. Toilette ist separat. Toilette ist separat. Ja. Nicht wie bei mir. Ich muss über den Hof. Nein. Nein. Das war aber hart. Ich hatte richtig... Ja, wie ist das passiert? Erzähl mal. Du warst besoffen, ja? Nein, nein, nein. Ich war einfach noch ein bisschen hektisch. Ich wollte noch meine Uhr aus dem Schlafzimmer holen, war noch im Bad, hatte noch die Zahnbürste und dann... Ich volle Kanne dagegen. Erst mit dem Korb und dann mit dem Knie. Das war richtig so schwarz gesehen. Wirklich? Mhm. Hast du Glück gehabt, dass es keine Platzhunde war? Ja. Ja. Du hast dich erkältet? Nein. Ich habe mir auch den Kopf angeschlagen an Pfingsten. Wie denn? An einem hoch, einem tollen Ort. In der Kantine des Thalia-Theaters Hamburg. Oh. Ja. Stand da und ich stand da und wollte zahlen. War zu niedrig, diese Latte. Weil ich habe Dings gegessen. Hühnchenbrust im Knuspermantel. Lecker. Schmeckt toll. Hühnchenbrust im Knuspermantel. Hast du schon mal gegessen? Das ist fantastisch. Fantastisch. Und ich bin auf eine tolle Idee gekommen. Das war einfach paniert, oder? Nein, es ist mehr als paniert. Es ist Hühnchenbrust im Knuspermantel. Ja, das sagtest du schon, aber... Ja, wieso sagst du dann paniert? Wenn es paniert gewesen wäre, hätte ich paniert gesagt. Ja, aber das ist wahrscheinlich paniert und Sie haben es noch anders genannt. Nein, es schmeckt auch anders. Ich kenne ja panierte Hühnchenbrust. Die kenne ich ja. Und ich bin auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich mal in der Sendung etwas Tolles vorlesen, nämlich Applausordnungen an bedeutenden deutschen Sprechtheatern. Weil die Applausordnungen sind unterschiedlich formuliert. Mal sind es die Vornamen. Franz holt Walter. Alle bleiben stehen. Licht aus. Walter holt Susi vor. Verbeugen. Mal sind es die Nachnamen. Mertens holt Schedivie. Schedivie holt Stötzner. Was weiß ich. Und Mal sind es die Rollennamen. Nah holt Buckligen. Buckliger holt Leiche. Alle stehen. Und so weiter. Das könnten wir mal vorlesen. Das ist sehr interessant. Ja. Ist aber auch von Stück zu Stück unterschiedlich, oder? Ja, ist ja verständlich. Ja. Ja, es sind ja auch nicht in einem Stück dieselben Rollen. Ja, eben. Deswegen. Wonach hat denn der Knuspermantel geschmeckt? Sehr gut gewürzt. Sehr gut gewürzt. Und das Tolle ist, in der Kantine des Thalia-Theaters gibt es jetzt Mineralwasser mit Sportverschluss. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist so ein Verschluss, den zieht man so hoch, trinkt und ich kam mir vor wie ein Model. Weil das ist, das wissen Sie noch nicht, auf deutschen Flughafen ist es jetzt mittlerweile Pflicht, eine Wasserflasche in der Hand zu haben. Sie müssen eine Wasserflasche in der Hand haben und müssen permanent Wasser trinken, damit Sie nicht dehydriert werden. Vor allem wenn Sie fett, hässlich sind und kurze Beine haben, sollten Sie eine Wasserflasche in der Hand haben. Damit alle sagen, der ist bestimmt in den Medien. Und das gibt es so mit diesem Verschluss. Kennst du das nicht? Nein. Das können wir mal besorgen. Ja. Das ist toll. Wasserflasche mit Sportverschluss. Heißt glaube ich Sportverschluss. Also Applaus-Ordnung und Sportverschluss. Ja, Sportverschluss. Hat aber nichts miteinander zu tun. So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute einen Frankfurter Premium Export aus Frankfurt Oder. Warum? Hat das einen Grund? Ja, so am Wochenende war ja Zusammenkunft der Sudetendeutschen wollte ich mal ein sehr östliches Bier trinken. Ja. Verständlich. Bier aus Frankfurt Oder, Sudetendeutsche Zusammenkunft am Pfingsten. Gast heute bei uns Frau Weichselbraun. Und es geht weiter, meine Damen und Herren. Nämlich. Man glaubt es nicht. Viele fragen sich dieser Herr Andrak. Warum wirkt er so jung? Warum wirkt er so strahlend? Warum lassen seine Gefäße mehr Blut durch, als er braucht? Heute, meine Damen und Herren, ein Jubiläum, das wir gebührend feiern wollen. Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt das große Manuel Andrak. Raucht jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr Jubiläum. Helmut raucht seit einem Jahr und drei Monaten nicht mehr. Ja, weißt du, wieso ich mir das merken kann? Wo? Am 24. Februar hat der Holger Speckhahn geheiratet und da habe ich meine letzte Zigarre geraucht. Du warst auf der Hochzeit von Holger Speckhahn? Der hat drei Tage nach uns geheiratet. Also nach... Aber einige Jahre später. Ein paar Jahre später. Ja, ein paar Jahre später. Aber so kann ich mir das gut merken. Jaja, wenn man auf der Hochzeit von Holger Speckhahn aufgehört hat, kann man sich das natürlich... Ein Jahr und drei Monate. Was ist das für ein Gefühl? Du musst ja vor Gesundheit... Ich meine, ich rauche auch nicht. Sag mal so, ich rauche, ich rauche, ich bin ein Genussraucher. Ja. Ich rauche... Ich kann es mir gar nicht leisten als Vorbild, dass ich bin, für die jungen Menschen. Kann ich mir gar nicht leisten zu rauchen, aus Imagegründen. Mein Imageberater sagt mir auch, rauche nicht in der Öffentlichkeit. Ich rauche auch eigentlich privat kaum. Mal nach einem schönen Essen, wenn ich in der Runde sitze mit Freunden. Wenn wir sagen, wann trittst du in die FDP ein oder so. Dann rauche ich schon mal eine Zigarette. Aber nie vor Abends. Ganz selten mal. Ja. Nie in Stresssituationen. Merkst du einen Unterschied? Wie lange hast du geraucht vorher? Also ich habe vorher 17 Jahre, also wirklich heute auf dem Tag... Gab es einen Grund dafür? Hast du Holger Speckhahn? Ich wollte einfach ein bisschen weniger rauchen. Habe eine Woche vorher Leitzigaretten geraucht und habe aber da schon Entzug bekommen. Und habe also eine Schachtel Leitzigaretten am Tag und dachte mir, wenn du schon Entzug bekommst bei einer Schachtel, dann hörst du lieber ganz auf. Wie viel hast du geraucht vorher? 40 bis 50 selbst gedrehte. 17 Jahre lang. Also am Anfang. Bringt es da noch was auf zu hören? Ja, ja doch. Ja? Ja, ja. Ich habe aufgehört, weil ich merkte, wenn ich mal so 100 Meter einer Bahn hinterher gelaufen bin, um die zu kriegen, dass ich dann noch eine Viertelstunde später beim Aussteigen gekeucht habe. Ja. Gut, das kann ich nicht merken mit Chauffeur. Aber ich merke es natürlich beim Aussteigen aus dem Wagen, dass Leute sagen, hallo Basti, aber es ist beneidenswert. Also wie gesagt, ich bin Genussraucher, kann man sagen. Ja, aber du hast doch auch irgendwie jahrelang aufgehört, oder? Ja, vollkommen. Aber da hatte ich natürlich sozusagen auch keinen Genuss dran. Da habe ich ja komplett aufgehört. Da habe ich gemerkt, dass es so wenig literarisch wirkt. Es wirkt irgendwie so, als ob du gleich einen Roman schreibst, wenn du in gewissen Situationen eine Zigarette anzünden kannst. Ja, aber du hältst sie schon immer so komisch. Du hältst sie nicht wie so ein richtiger Raucher. Ne, ne, ich bin ja auch kein richtiger Raucher. Ja, ja. Was heißt das, ich halte die Zigaretten? Ja, so... Ja, wie? Beschreib das mal. Ja, zu weit, zu nah am Ende des Filters. Und Filterzigaretten sind sowieso keine richtigen Zigaretten, aber das sieht irgendwie so... Na, wie sieht's aus? Beschreib es mal, ohne eine Minderheit zu diskriminieren. Ja. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ein bisschen affektiert. Das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist ja sozusagen auch Teil meiner Images. Mein Imageberater sagt ja, halt die nicht so nah am Filter, sonst wirkst du zu normal. Es sieht affektiert aus. Das wirkt jetzt wirklich, als würde ich in Griechenland Urlaub machen. Ja. Wie hast du denn die Zigarette gehalten? Naja, halt wie ein richtiger Mann halt. Für mich sahst du immer aus, als wärst du in so einem Knuspermantel. Wenn du geraucht hast. Also. Ich hab auch Fotos dabei. Zeig ihn bitte. Ich hab bestimmt 3000 Privatfotos durchsucht und hab nur zwei Stück gefunden in den 17 Jahren, wo ich eine Zigarette in der Hand halte. Stell dir vor. Vielleicht wirst du mal wieder rückfällig. Nein. Ich hab schon viele Leute kennengelernt, die haben 5 Jahre, die haben 10 Jahre nicht geraucht. Ja. Haben dann im besoffenen Kopf noch irgendwie ja rüber her und dann war es wieder vorbei. Also man ist immer Raucher. Sein Leben lang. Man bleibt Raucher. Man bleibt Raucher. Und es gibt nicht einfach so die Zigarette. Das ist wie Menschen, die Alkoholprobleme hatten, die bleiben immer alkoholkrank. Nur, sie sind dann eben trocken. Genau. So. 3000 Fotos hat der Antrag durchwühlt. Nur zwei hat er, drei oder zwei? Zwei. Nur zwei gefunden, auf denen er mit einer Zigarette zu sehen ist. Hier ist das erste. Das ist auf meiner alten Arbeitsstelle, vor ungefähr 10 Jahren. Bei Z1? Ne, davor noch, bei Cat Entertainment. Ah, ich finde das sieht so ein bisschen aus wie Ballack. Ehrlich? Ja, sagen viele, aber der hat echt keine, nicht wirklich Ähnlichkeit mit mir. Doch. Da lass ich morgen so einen kleinen Vorspann bauen. Antrag sieht aus wie Ballack. Auch die letzten beiden Buchstaben sind identisch. Sogar die letzten drei. Bist du's? Das würde erklären, warum du so müde warst in Glasgow. Ja, wo ist denn deine Zigarette bitte? Ja, die ist doch da links. Also der Regisseur hat gesagt, nicht auf jedem Fernseher zu Hause kann man die erkennen. Das ist wichtig für Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Bitte, das ist ganz wichtig. Deutschland taumelt am Abgrund, wirtschaftlich. Sollten Sie auf diesem Foto die Zigarette nicht sehen, kaufen Sie bitte morgen einen neuen Bildschirm. Ja? Ja? Jetzt sieht man's. Hier auf meinem sehe ich's. Also das ist schon mal ein ziemlich überzeugendes Bild. Ja. Und wo ist das andere? Und das ist ungefähr sechs Jahre früher. Wo wurde das aufgenommen? Das ist auf einer Theaterprobe für Streetcar Named Desire. Wo du Kowalski gespielt hast. Ganz genau. Sieht man ja. Also das ist auch Unterhemd, Hemd offen. Ja, ja. Es ist diese berühmte Rolle. Da bist du aber schon sehr, wie soll ich sagen, ambivalent. Was verstehst du jetzt unter ambivalent? Na also da hältst du die Zigarette noch nicht so männlich wie im Spiel. Oder? Das war ja noch relativ am Anfang meiner Raucherkarriere. Ach, da hast du erst angefangen? Nein, da habe ich auch schon fünf, sechs Jahre geraucht. In der Schule natürlich angefangen. Ja. Ich finde, da sieht es ein bisschen aus wie Prince. Bitte? Ja. Irgendwie so von den Haaren und mit diesem Bart. Und der Bart ist ja heute wieder hochaktuell. Absolut. Dieses leicht das Kinn umspielende. Naja, das war halt woanders. Das hat ja zu der Zeit nicht gewachsen. Also... Ja, das ist ja... Ist nicht wegrasiert. Wie alt warst du da? 19, 20. Fantastisch. Fantastisch. Noch Raucher. Und jetzt, Herr Anderck hat es geschafft, seit fünf Jahren raucht er nicht mehr. Helmut Zerleth raucht seit... Ein Monat und drei... Ein Jahr und drei Monate. Fantastisch. Ich selber eigentlich nur noch genug zu rauchen. Bei uns im Team rosten ja die Zigarettenautomaten dermaßen vor sich hin. Es raucht ja kaum einer. Neun. Neun Mitarbeiter haben während der letzten vier Jahre, während der Firma Bonito... diese Show produziert. Das rauchen oft. Fantastisch. Wollen aber nach der Schwangerschaft wieder anfangen. Ja. So. Nein, nein, nein. Wir kommen zu einem interessanten Blog in unserer sympathischen Familienshow. Das Politwochenende war heiß. Oh ja. Heiße Diskussion. Mölli hier. Guido da. Mhm. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiepublikum wählen? Wahlberechtigt heute 235, Damen und Herren. Gültige Stimmen 214, Wahlbeteiligung 91,0. CDU, CSU 24,8. SPD 32,2. Grüne 11,7. FDP 25,2. Und PDS 6,1. Alles beim Alten im Grunde, oder? Die SPD stärker als normal und die CDU einiges schwächer als normal. Genau. Also die CDU auf jeden Fall schwächer als die FDP, müsste sich in der Koalition Guido unterwerfen. Ja. So. Jetzt. Sollen wir noch Kühlschränke zeigen, oder? Nein, wir holen jetzt die junge Dame aus Tirol raus. Ja, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch so entschieden. Ich kann mal zu Hause fragen. Wie sieht's denn aus? Wir hätten noch Kühlschränke von Mitarbeitern. Oder wir haben eine 20-jährige junge Dame aus Tirol, die aber sowas von scharf aussieht. Was sagen denn Ihre Herzkranzgefäße? Aus Tirol, herzlich willkommen, Miriam Weichselbraun. Was ist das für ein Magazin, Cologne Day? Cologne Day, da gibt's jeden Tag unterschiedliche Formate. Also Donnerstag ist Kino, dann Montag ist Sport, was ich ja immer moderiere. Und ja, gibt unterschiedliche Themen. Und das ist nur über Köln? Nein, es heißt halt Cologne Day, aber es ist nicht nur über Köln, nein. Ach so, es ist über ganz Deutschland, oder? Genau, man nennt's nur praktischerweise Cologne Day. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist es so, dass es erstmal nur über Köln gehen sollte. Dann habt ihr gemerkt, dass er nach einer halben Stunde mit dem Material durch war. Und dann habt ihr gesagt, Köln ist überall. Du warst am Wochenende auf diesem berühmten, wie heißt der Ball, Live Ball oder Live Aid? Live Ball, bei dem du ja auch schon eingeladen warst. Ich war auch schon eingeladen und zwar ist es ein Ball zugunsten der Aidshilfe in Wien. Nicht in Wien, österreichische Aidshilfe ist das. Ja, aber der Ball ist in Wien. Ist in Wien, ja, im Rathaussaal. Wie viele Leute sind da auf diesem Ball? Also schon so einige Tausend, ich weiß nur echt nicht wie viele genau. Ja, und das ist, was ist das für eine Atmosphäre? Ja, spannend. Also es war so, dass, also es sind ganz viele schräge Leute, also normal gekleidet findet man wenige. Was heißt schräg in Wien? Also es war eine Nonne auf Rollschuhen unterwegs, also ein Mann als Nonne auf Rollschuhen unterwegs. Und dann gab es eine Wedding Church, da konnte man sich trauen lassen. Ich wollte mich auch trauen lassen, aber mein Partner ist abgehauen. Ist nicht mehr gekommen. Wie, man ist dann richtig verheiratet? Nein, nein, das dachte ich anfangs auch und wollte die alle bekehren. Weil Alkohol, viel nackte Haut und dann heiraten, das ist keine gute Mischung. Und dann wollte ich noch irgendwie sagen, nicht trauen lassen, ihr bereut es morgen früh. Aber dann hat man gesagt, ist nur für den Abend, also kann ich beruhigen. Also Männer als Nonnen auf Rollschuhen. Ist das ein Ball? Ich meine, es geht um, wer hat den Ball moderiert? Alton John und Heidi Klum. Alton John ist ja letztes Jahr auch schon dabei gewesen, Berater von dem Ganzen und Heidi Klum hat heuer moderiert. Sind das überwiegend Schwule auf diesem Ball oder ist das... Naja... Sag das mal ohne eine Minderheit zu diskriminieren. Nein, nicht nur Schwule. Ich rede ja auch nicht von Minderheiten, ich frage nach Schwulen. Nein, nein, also nicht nur. Nicht nur? Rundgemischt quasi. Ist alles. Wer waren so die Prominentesten, die man kennt, die da da waren? Ja, Alton John schon, Heidi Klum, dann war eine Modenschau, da war auch Milka von Viva ist da auch mitgelaufen. Achso, da geht es dann schon ziemlich runter, ja. Achso. Ach, die ist hochgelaufen. Da wird sie sich freuen. Ja. Ich meine, Milka ist nett, sehr nett, aber verglichen mit Alton John ist sie nicht ganz so prominent. Nicht... Ja. Bisschen. Wer ist eigentlich Mel, wo du gerade hier auf die Tür geschließt? Mel ist meine Zwillingsschwester, Melanie. Wirklich? Nur, sie haben mir so wenig Zeit gegeben, ich konnte Melanie nicht ausschreiben, weil sie gesagt hat, mach kürzer, mach kürzer. Achso, Mel. Aha. Ja. Wie viel ist die jünger? Ach, nur zwei Minuten. Nein. Und sieht die genauso aus wie du? Ja. Also haben Zwillingsschwestern oft so an sich, also sie ist sehr ähnlich. Ja, aber wieso, bei zweieigen Zwillingen? Ein Eigen. Ja, das ist schon klar, aber bei zwei Minuten gibt's wahrscheinlich gar keine Zweiegeligen, oder? Na, müsste man nachrecherchieren, machen wir mal. Was macht die denn die Schwester? Die hat jetzt also schneller Matura, also Abitur erledigt als ich. Ja. Ich bin ja noch dabei, die hat das jetzt fertig endlich und dann schaut sie mal, vielleicht kommt sie nach Köln auch ein bisschen zu mir, mal schauen. Und das ist wirklich so, du schreibst dir die Matura, das Abitur alleine, du sitzt da da an einem speziellen Termin? Ja, es ist so, also die kommen mir das ja entgegen. Also ich, nur weil ich jetzt bei Viva Plus bin, kann ich ja das Abitur nicht einfach so sausen lassen. Sehr gute Einstellung, ja. Und jetzt fahr ich immer heim und schreib halt Prüfungen und bin halt so mittendrin und hoffe, dass das klappt. Und dann sitzt du alleine im Zimmer? Ja, ja. Mit einem Lehrer als Aussichtsperson? Also letztens, meistens sind es Lehrer. Ja. Und dann... Wieso, wer noch? Der Hausmeister oder was? Manchmal mit dem Stichenschwut. Hans, der Hausmeister. Liebe Grüße. Keine Ahnung wie heißt. Der Hans passt auf. Ja, aber ja, also die kommen mir sehr entgegen. Also die lassen mich das, also die unterstützen mich sehr. Ja. Und das ist sehr schön, weil das brauche ich ja. Ich brauche zwar länger als alle anderen, aber ich werde fertig, bin zuversichtlich. Habt ihr das in Tirol auch so mit Leistungskurse und so wie hier? Ja, ja. Was hast du für Leistungskurse? Also ich konzentriere mich jetzt mal auf Französisch und Deutsch. Ja. Und dann schauen, also ob ich es schaffe überhaupt so. Naja, das ist ja kein Zweifel. Habt ihr auch dieses Punktesystem? Nein. Nicht Punktes... Ist bei den Deutschen ein Punktesystem? Ja. 15 Punkte ist Weltspitze und dann geht's ab. Bei euch heißt es noch sehr gut, gut und so. Ganz normale Noten, ja. Ja. Was willst du denn mal machen beruflich? Ach, wenn ich mal groß bin? Ja. Hm. Ja, mal schauen. Also jetzt bin ich bei Vibio Plus, aber das bleibt ja nicht ewig und dann schauen wir mal. Also das ist ja alles noch nicht so stressig. Hab ich ja Zeit. Wie noch gar keine Gedanken, noch gar keine Vorstellung oder sowas? Nö. Ja? Ich habe ja noch Zeit. Oder? Na ja, du musst jetzt irgendwie ein Studium anfangen oder nicht? Müssen. Ja, möchte ich vielleicht auch mal. Also das kann schon sein, dass ich irgendwie die Sache, also wenn ich dann moderiere irgendwie, also irgendwie möchte ich schon gelernt haben auch. Also dann vielleicht Journalismus oder irgendwas in die Richtung noch mache. Journalistische Arbeiten? Ja. Aber da gibt's ja vielleicht auch Möglichkeiten bei Viva, oder? Aber die meisten sind ein, zwei Jahre bei Viva und gehen dann irgendwo anders hin, zu einem anderen Sender. Ach, das weiß ich nicht. Ich bin ja erst seit Januar da, also da habe ich ja echt noch... Wie kommt man eigentlich als Tirolerin zu Viva? Das war so ein Streetcasting als Tirolerin. Ein, ein was? Ein Streetcasting. Also ich bin mit meinem Ross nach Deutschland geritten und habe dort bei diesem Streetcasting teilgenommen. Auf der Straße? Ja, das war so ein Van, so ein Kaipflaume-Liebes-Van. Und dann konnte man rein und zwei Minuten so kurz was sagen und dann, ja, dann wurde man angerufen und dann noch ein Casting und dann halt nach Köln. Also du bist nach Deutschland gefahren und hattest gar nicht vor, dich bei Viva zu bewerben, oder wie? Doch, 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 das hatte ich schon vor. Also ich wollte ja eigentlich ursprünglich mal nach München, so ein bisschen. Ja. Und hab dann da auch schon Wohnung gefunden und innerhalb von der Woche musste ich dann aber nach Köln. Also das war mehr Zufall als... Und hast du es vorher schon mal gemacht, moderiert? Ja, das war so ein Lokalsender, Tirol TV hieß das, da habe ich ein Magazin moderiert, war aber sehr seriös, also mit vorgeschriebenen Texten, die ich so ablesen musste. Und welche Themen? Das war gemischt, also es fing dann immer so an, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Tirol TV. Hast du ein Dirndl da angehabt, oder wie? Nur Dirndl. Leben muss man auch ab und zu. Nein, wirklich? Wirklich? Da steht ja bestimmt gut ein Dirndl, oder? Ja. Das glaube ich schon. Also ich finde Dirndl ganz schön, die können ganz schön sein. Ja. Eigentlich müsste... Hast du bei Viva schon mal im Dirndl moderiert? Nein, aber... Das wäre ein Vorschlag. Ja, weil irgendwie flippig und cool und so weiter und modisch sind ja eigentlich alle. Ja? Aber ein Dirndl, das hätte doch was. Hätte was. Und dann standst du da und hast gesagt, willkommen bei TV Tirol. Tirol TV, unsere heutigen Themen sind so. Und was waren zum Beispiel für Themen? Ach, ähm... Gästeeinbruch in Bad Bouldersdorf oder... In Imst heißt es, wenn. In Imst, ja. Die Dörfer sind so Insing, ich lerne Insing, dann können wir eigentlich Flauerlingen, ist auch super, dann Unterflauerlingen, Oberflauerlingen. Das ist alles rund um Innsbruck? Ja, das ist schon in der Nähe. Ja. Oberperfuß, ganz bekannt. Skiort? Ja, also wenn man dort Skifahren will. Man hört einen nicht Ski? Also nicht den Oberperfuß, Oberperfuß ist schön, aber... Aber? Ja, was denn aber? Also ich würde dort nicht Skifahren. Warum nicht? Meine Mutter kommt aus Kitzbühel und da kann man noch schöner Skifahren. Also sind die Berge schöner oder ist es schneesicherer? Ja, also ich finde es schöner dort. Ich weiß, also Oberperfuß, ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Anruf vom Bürgermeister von Oberperfuß. Dann vom Tourismusdirektor? Ja, ja, aber mit dem lege ich mich gerne an. Kennst du den? Nein, deswegen. Aber Tirol lebt doch vom Fremdenverkehr. Eigentlich müsstest du jetzt wahnsinnige Werbung machen für Tirol, dass die Leute da hinkommen sollen, Skifahren oder noch besser sagen, Tirol ist im Sommer genauso schön wie... Ja, Tourismus ist schon wichtig so. Ist sechs Prozent vom Gesamt-Welt-Tourismus. Die fährt nach Tirol? Ja, sechs Prozent macht das aus. Das ist ja enorm. Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Ich bin dann stolz gerade, weil ich doch erst Geografie und Wirtschaftsprüfung abgelegen habe und das muss ich jetzt gleich rauspauen und so. Alles was ich gelernt habe. Und da wird gefragt, wie viel Prozent des Welt-Tourismus. Ich finde Tiroler Dialekt toll. Ja? Ja. Aber die meisten Deutschen machen ja sofort den Wiener Dialekt. Ja, völlig falsch, weil sie glauben alle würden... Völlig falsch. Sag mal was auf Tirolerisch. Sag du zuerst was, dann kann ich darauf warten. Ja klar, weil ich habe einen Tiroler Sänger gekannt und das war für mich so schon relativ nah an der Schweizer... Das klingt wie ein besoffener Schweizer, wollte ich gerade sagen. Ja, aber seid ihr das nicht? Wir sind alles besoffene Schweizer. Ja, sag mal was auf Tirolerisch. Ähm, ähm, sag noch was, sag noch was. Ja, jetzt erklär doch mal deinen Tiroler Freunden, wie das so ist bei WIWA in Köln. Ja, da bin ich jeden Tag gleich auf Sendung, ein Wengerl. Ein Wengerl ist schon mal, boah, jetzt strafen mich alle Tiroler. Ähm, also da heißt es nicht ich, sondern ich. Also ich bin heute zu Harald Schmidt gefahren und dann schaue ich auch mal, dann rufe ich meine Mama an, weil meine Mama muss ja auch wissen, was da abgegangen ist. Aber du auch nett warst zu mir. So. Das ist aber toll, das hat was. Ja, aber es versteht mich niemand. Ja, selbstverständlich. Ja, also bei WIWA haben sie mich am Anfang wirklich nicht verstanden. Inzwischen übernehmen sie aber ein paar Eigenarten. Zum Beispiel? Also wenn ich sage mir ist fad, das heißt mir ist langweilig. Ja. Verstehen sie das halbwegs? Sagst du das auch bei WIWA? Ach, ich lese mich. Wer willste aufhören? Miriam, alles gut und viel Glück fürs Abitur. Einmal Dankeschön. Noch vor dem Sommer, Miriam Wachselbraun, morgen Abend alles aus kann von unserer lieben Freundin Nathalie. Danke fürs Zuschauen. Harold Challenge und Ben! unser heutiger gast ist wie man in ihrer heimat sagt ausgesprochen fest sie ist 20 und sie kommt aus tirol und wir haben sehr selten gäste aus dem schönen tirol eines der schönsten bundesländer in österreich sie kommt aus innsbruck sie ist 20 jahre alt sie moderiert für viva plus und sie macht zurzeit noch ihr abitur und das finde ich das faszinierende mit einer spezialvereinbarung geht sie in eine abendschule und schreibt ihre prüfungen an speziellen daten damit sie hier für viva weiter arbeiten kann sie ist glaube ich die erste bei viva die überhaupt mit einem abitur in berührung kommt in diesem zusammenhang ich hoffe unserem lieben freund mola adi bisi geht es schon wieder richtig gut klar ja das war mein lieblingssatz übrigens in diesem jahr tut's weh herr adi bisi habe ich gesehen bei günther jauch stern tv als als mola ich hatte gedacht der unfall wäre viel schlimmer verlaufen ist es zum glück nicht und er wurde glaube ich im bundeswehrkrankenhaus in in koblenz behandelt und der arzt zog die ferien und sagte tut's weh herr adi bisi irgendwie ein satz der mich fasziniert hat ja rein durch den klang rein durch den rhythmus tut's weh herr adi bisi besser als manches parteiprogramm tut's weh herr adi bisi und mein gast heute aus tirol 20 jahre alt fisch intelligent war mit zwölf jahren schon schachmeisterin heute zum ersten mal bei uns miriam weichselbraun also unsere band immer auf dem kiwi jeder jeder jede aktion wird mit einem geräusch begleitet tut's weh herr adi bisi danke sven susanna meine damen und herren ist krank unsere kollegin hier mit den karten wird heute vertreten von unserer lieben kollegin julia auch nicht zum ersten mal und usa pleite so sonst keine besonderen vorkommnisse keine geboten nichts nein hast du zusanne auch richtig geschrieben mit z das ist und so ich mache mich wenn ich eilig bin weil wir so viele tolle themen haben habe ich zu sagen also schnell geschrieben susanna ist ja alles noch nicht so stressig noch gar keine gedanken noch gar keine vorstellung oder sowas ja ich habe noch zeit naja du musst jetzt irgendwie ein studium anfangen oder nicht müssen ja möchte ich vielleicht auch mal also das kann schon sein dass ich irgendwie die sache also wenn ich da moderiere irgendwie also irgendwie möchte schon gelernt haben auch also dann vielleicht journalismus oder irgend so was in die richtung noch macht journalistische arbeiten ja aber da gibt es ja vielleicht auch möglichkeiten bei viva oder aber die meisten sind ein zwei jahre bei viva und gehen dann irgendwo anders hin zu einem anderen sender ach das weiß ich bin ja erst seit januar da also da habe ich ja echt noch wie kommt man eigentlich als tirolerin zu viva das war so ein street casting als tirolerin ein was ein street casting also ich bin mit meinem ross nach deutschland geritten ja und habe dort bei diesem street casting teil auf der straße ja das war so ein van so ein kaipflaume liebes van und dann konnte man rein und zwei minuten so kurz was sagen und dann ja dann wurde man angerufen und dann noch ein casting und dann halt nach köln also du bist nach deutschland gefahren hat es gar nicht vor dich bei viva zu bewerben oder wie doch 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 das hatte ich schon vor also ich wollte ja eigentlich ursprünglich mal nach münchen so ein bisschen und hab dann da auch schon wohnung gefunden und innerhalb von der woche musste ich dann aber nach köln also das war mehr zufall als und hast es vorher schon mal gemacht moderiert ja das war so ein lokalsender tirol tv hieß das da habe ich ein magazin moderiert war aber sehr seriös also mit vorgeschriebenen texten die ich so ablesen und welche themen das war gemischt also es fing dann immer so an hallo und herzlich willkommen zu einer neuen sendung von tirol tv hast du dirndl daran gehabt oder wie nur dirndl leben muss auch ab und zu wirklich da steht ja bestimmt guten dirndl oder ja das glaube ich finde dirndl ganz ganz schön die können ganz schön sein ja ja eigentlich müsste hast du bei viva schon mal im dirndl moderiert nein aber das wäre ein vorschlag ja weil irgendwie flippig und cool und so weiter und modisch sind ja eigentlich alle ja aber ein dirndl das hätte doch was hätte was und dann stand zu da und gesagt willkommen bei tv tirol tirol tv unsere heutigen themen sind so und was waren zum beispiel für themen ach gäste einbruch in bad boldersdorf oder in imst heißt es wenn die dörfer sind so in singen ich lerne in singen dann können wir eigentlich flaueling ist auch super dann unter flaueling oberflaueling das alles rund um innsbruck ja das ist ja schon in der nähe ja oberperfuß ganz bekannt ski ort ja also wenn man dort ski fahren will man was ist schön aber aber ja was denn ich würde dort nicht liefern warum nicht kommt das kitzbühel und da kann man auch schöner skifahren also die berge schöner oder es schnee sicherer ja also ich finde schöner dort ich weiß also oberperfuß ja wahrscheinlich krieg ich jetzt einen anruf vom bürgermeister von oberperfuß vom tourismus direktor ja ja mit dem lege ich mich gerne an kennst du denn nein deswegen aber tirol lebt doch vom fremden verkehr eigentlich müsstest du jetzt wahnsinnig werbung machen für tirol dass die leute da hinkommen sollen skifahren oder noch besser sagen tirol ist im sommer genauso schön ist schon wichtig so ist sechs prozent vom gesamtwelt tourismus die fährt nach tirol sechs prozent macht es aus das ist ja enorm weißt du warum ich das weiß warum ich dann stolz gerade weil ich doch erst geografie und wirtschaftsprüfung abgelegen habe und das muss ich jetzt gleich raus paulen so und da wird gefragt wie viel prozent die engländer saufen sich jetzt schon in das hat mir sehr gut gefallen sie waren in dubai im trainingslager 160 euro pro mann und nacht rechnung wer fährt jetzt eigentlich von uns höttges klaus-dieter silow helmut haller wer fährt denn von uns wer hat denn zeit wer kriegt denn noch beide beine auf den rasen wer ist jetzt nach nominiert jörg böhm und lars ricken sind nach nominiert jawohl jetzt aber auch schluss die meldefrist ist vorbei ich wäre aber beleidigt wenn ich nach nominiert würde ich würde nicht kommen ja was ist das denn du bist jetzt eindeutig zweite wahl Lars ricken wurde mit großem brimborium nicht nominiert und jetzt plötzlich heißt las pack mal die koffer weil die anderen sind krank aber psychologisch wichtig wir haben jetzt ein team von hungrigen gierigen anfängern und aufhörern ja wirklich und bisher hatten wir doch immer den ärger ein oldie spielmacher letztes mal matthäus bei der wm bei der europameisterschaft und so weiter immer die diskussion brauchen wir noch er kann ein spiel lesen und so weiter ja da fällt mir übrigens ein wir müssen in unserem fanartikel shop die 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 fernartikel shop die 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 fußballfrauen holen klamotten nach der trennung ausrüstung das habe ich jetzt mir einfach sehen das ist eine baseball mütze mit solchem schild weit über die augen und sonnenbrille wo man dann nochmal geht und und alles nimmt ja also Lars ricken böhme klose ja riesig schneider auf der außenbahn ballack zentral Olli macht hinten eh alles dicht haben wir einen torwart der auf eine parfümflasche ausrutscht hallo spanien sind das eure superstars in hotelle auf parfümflasche ausgerüstet das ist doch unglaublich oder wenn du das für einen dfb spiel behaupten würdest würde der dfb dich anzeigen ja wenn ich sagen würde unser kapitän ist auf der parfümflasche ausgerutscht im hotel würde es heißen nein wir benutzen kein parfüm Also top situation für das deutsche team hoch motiviert ja es lastet kein druck niemand erwartet dass wir eigentlich ins viertelfinale kommen wir können befreit aufspielen wir können alles zeigen was in uns steckt wir können die räume eng machen wir können vorchecking spielen wir müssen tackling machen wir können wir können Wie heißt das dieses vorchecking im mittelfeld Pressing ja sehr gut ja pressing pressing müssen wir machen müssen sehr viel pressing machen wir müssen schnell spielen und jeder muss alles können Deswegen ist zum beispiel tony polster aussortiert worden den herr antrag warst du tony polster fan hier in köln nicht wirklich nein Er wurde aussortiert weil das moderne fußballspiel nicht kapiert hat das heißt jeder spieler muss alles machen es genügt nicht Sie vorne reinzustellen und warten bis die bis die flanken kommen etwa das was ich ja abends in der show mache Sie an den schreibtisch setzen warten bis die witze kommen nein man muss auch mal nach hinten aushelfen wo die witze wenn die witze brennen so hoch trinkt Und ich kam mir vor wie ein model weil das ist das wissen sie noch nicht auf deutschem flughafen ist es jetzt mittlerweile pflicht eine Wasserflasche in der hand zu haben sie müssen eine wasserflasche in der hand haben müssen permanent wasser trinken damit sie nicht dehydriert werden Vor allem wenn sie fett hässlich sind und kurze beine haben sollten sie wasserflasche in der hand haben damit alle sagen der ist bestimmt in den medien Und das gibt es so mit 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 diesem verschluss Kennst du es nicht nein das können wir besorgen ja das toll wasserflasche mit sportverschluss heißt glaube ich sportverschluss also Applausordnung und sportverschluss ja sportverschluss hat aber nichts miteinander zu tun So welches bier trinkst du heute ich trinke heute ein frankfurter premium export aus frankfurt oder Warum hat es einen grund ja so am wochenende war ja zusammenkunft der sudeten deutschen wollte ich mal ein sehr östliches bier trinken Bier aus frankfurt otter sudeten deutsche zusammenkunft am pfingsten gast heute bei uns frau weichselbraun und es geht weiter meine damen und herren Nämlich man glaubt es nicht viele fragen sich dieser herr andrack warum wirkt er so jung warum wirkt er so strahlend warum Lassen seine gefäße mehr blut durch als er braucht Heute meine damen und herren ein jubiläum dass wir gebühren feiern wollen Meine damen und herren erleben sie jetzt das große manuel andrack raucht jetzt schon seit fünf jahren nicht mehr jubiläum Helmut raucht seit einem jahr und drei monaten nicht mehr Ja weißt du wie soll ich mir das merken kann wo am 24 februar hat der holger speckern geheiratet Und da habe ich meine letzte zigarre geraucht Du warst auf der hochzeit von holger speckern der drei drei tage nach nach uns geheiratet also nach aber einige jahre später Ein paar jahre später Aber so kann ich mir das gut merken Ja ja wenn man auf der hochzeit von holger speckern aufgehört hat kann man sich das natürlich ein jahr und drei monate Was ist das für ein gefühl du musst ja vor gesundheit ich meine ich rauche auch nicht sagen wir so ich rauche ich rauche ich bin ein genussraucher Ich rauche Ich kann es mir gar nicht leisten als vorbild dass ich bin für die alten für die jungen menschen Kann ich mir gar nicht leisten zu rauchen aus mit gründen mein image berater sagt mir auch rauche nicht in der öffentlichkeit ich auch auch eigentlich privat kaum Mal nach einem schönen essen Unser heutiger gast ist wie man in ihrer heimat sagt ausgesprochen fisch Sie ist 20 Und sie kommt aus tirol und wir haben sehr selten gäste aus dem schönen tirol Eines der schönsten bundesländer in österreich Sie kommt aus innsbruck sie ist 20 jahre alt sie moderiert für wie war plus Und sie macht zurzeit noch ihr abitur und das finde ich das faszinierende mit einer spezialvereinbarung Geht sie in eine abendschule und schreibt ihre prüfungen an speziellen daten damit sie hier für wie war weiter arbeiten kann Es ist glaube ich die erste bei wie war die überhaupt mit einem abitur in berührung kommt In diesem zusammenhang ich hoffe unserem lieben freund molar adibisi geht es schon wieder richtig gut Ja klar ja das war mein liebensatz übrigens in diesem jahr tut's weh herr adibisi Habe ich gesehen bei günter ja auch stern tv als als molar ich hatte gedacht der unfall wäre viel schlimmer verlaufen ist es zum glück nicht Und er wurde glaube ich im bundeswehrkrankenhaus in in koblenz behandelt und der arzt zog die fäden und sagte tut's weh herr adibisi Irgendwie ein satz der mich fasziniert hat rein durch den klang rein durch den rhythmus tut's weh herr adibisi Besser als manches parteiprogramm tut's weh herr adibisi Und mein gast heute aus tirol 20 jahre alt fisch intelligent war mit zwölf jahren schon schachmeisterin Heute zum ersten mal bei uns miriam weichselbraun Miriam weichselbraun Miriam weichselbraun Applaus 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 Also unsere band immer auf dem kiwi Jeder jeder jede aktion wird mit einem geräusch begleitet Tut's weh herr adibisi Danke Sven Susanna meine Damen und Herren ist krank unsere kollegin hier mit den karten wird heute vertreten von unserer lieben kollegin Julia Auch nicht zum ersten mal Applaus 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 Thema heute war Autobahn Put Und USA Pleite So sonst keine besonderen vorkommnisse keine geboten nichts Äh nein Hast du Susanna auch richtig geschrieben? Mit Z Das ist so ein Wenn ich eilig bin weil wir heute so viele tolle themen haben Habe ich Susanna stationiell geschrieben Susanna mit Z Nur noch 10 tage bis zum beginn der fußball weltmeisterschaft Und in diesem zusammenhang meine Damen und Herren sie haben sich vielleicht oft gefragt Woher kommt dieses fulminante fachwissen bei Herrn Schmidt und Herrn Andrag Vor allem bei Herrn Andrag aber auch mein fachwissen Applaus Unser heutiger gast ist wie man in ihrer heimat sagt ausgesprochen fisch Oh ja Sie ist 20 und sie kommt aus Tirol und wir haben sehr selten Gäste aus dem schönen Tirol Eines der schönsten Bundesländer in Österreich Sie kommt aus Innsbruck sie ist 20 Jahre alt sie moderiert für Viva Plus Und sie macht zurzeit noch ihr Abitur und das finde ich das faszinierende Mit einer Spezialvereinbarung geht sie in eine Abendschule und schreibt ihre Prüfungen an speziellen Daten Damit sie hier für Viva weiter arbeiten kann Sie ist glaube ich die erste bei Viva die überhaupt mit einem Abitur in Berührung kommt In diesem Zusammenhang ich hoffe unserem lieben Freund Mola Adibisi geht das schon wieder richtig gut Oh ja klar Ja das war mein Lieblingssatz übrigens in diesem Jahr tut's weh Herr Adibisi Habe ich gesehen bei Günther Jauch Stern TV als Mola Ich hatte gedacht der Unfall wäre viel schlimmer verlaufen Ist es zum Glück nicht Und dann wurde glaube ich im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt Und der Arzt zog die Ferien und sagte tut's weh Herr Adibisi Irgendwie ein Satz der mich fasziniert hat Ja Rein durch den Klang rein durch den Rhythmus tut's weh Herr Adibisi Besser als manches Parteiprogramm Tut's weh Herr Adibisi Und mein Gast heute aus Tirol 20 Jahre alt Fisch Intelligent war mit zwölf Jahren schon Schachmeisterin Heute zum ersten Mal bei uns Miriam Weichselbraun Miriam Weichselbraun Das ist unsere Band immer auf dem Kippie Jede Aktion wird mit einem Geräusch begleitet Tut's weh Herr Adibisi Danke Sven Susanna meine Damen und Herren ist krank Unsere Kollegin hier mit den Karten wird heute vertreten von unserer lieben Kollegin Julia Auch nicht zum ersten Mal Susanna krank Thema heute war Autobahn Putt und USA Pleite So sonst keine besonderen Vorkommnisse, keine geboten, nichts Nein, hast du Susanna auch richtig geschrieben? Mit Z Ja Das ist so ein, wenn ich eilig bin, weil wir heute so viele tolle Themen haben, habe ich Susanna so schnell geschrieben Susanna mit Z Nur noch 10 Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft Und in diesem Zusammenhang meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht oft gefragt Woher kommt dieses fulminante Fachwissen bei Herrn Schmidt und Herrn Andrag Vor allem bei Herrn Andrag, aber auch mein Fachwissen im Bereich Fußball ist phänomenal Abend für Abend weiß ich, dass das in deutschen Wohnzimmern diskutiert wird Hab dann da auch schon Wohnungen gefunden und innerhalb von einer Woche musste ich dann aber nach Köln Also das war mehr Zufall als Und hast du es vorher schon mal gemacht, moderiert? Ja, das war so ein Lokalsender, Tirol TV hieß das, da habe ich ein Magazin moderiert, war aber sehr seriös Also mit vorgeschriebenen Texten, die ich so ablesen musste Und welche Themen? Das war gemischt, also es fing dann immer so an, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Tirol TV Hast du ein Dirndl da angehabt oder wie? Nur Dirndl, Leben muss man auch ab und zu Wirklich? Da steht ja bestimmt gut ein Dirndl, oder? Ja, also ich finde Dirndl ganz schön, die können ganz schön sein Hast du bei Viva schon mal im Dirndl moderiert? Nein, aber das wäre ein Vorschlag Ja, weil irgendwie flippig und cool und so weiter und modisch sind ja eigentlich alle Aber ein Dirndl, das hätte doch was Hätte was Und dann standst du da und hast gesagt, willkommen bei TV Tirol Tirol TV, unsere heutigen Themen sind so Und was waren zum Beispiel für Themen? Ach, ähm Gästeeinbruch in Bad Bouldersdorf oder In Imst heißt es, wenn In Imst, ja Die Dörfer sind so Insing, ich lerne Insing Dann können wir eigentlich Flauerling, ist auch super Dann Unterflauerling, Oberflauerling Das ist alles rund um Innsbruck? Ja, das ist schon in der Nähe Ja Oberperfuß, ganz bekannt Skiort? Ja, also wenn man dort Ski fahren will Man hört eigentlich nicht Ski Also nicht den Oberperfuß, Oberperfuß ist schön, aber Aber? Ja, was denn aber? Also ich würde dort nicht Ski fahren Warum nicht? Kommt aus Kitzbühel Ja Und da kann man noch schöner Ski fahren Also sind die Berge schöner oder Oder ist es schneesicherer? Ja, also ich finde es schöner dort Ich weiß, also Oberperfuß, ja Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Anruf vom Bürgermeister von Oberperfuß Nein vom Tourismusdirektor Ja, ja, aber mit dem lege ich mich gerne an Kennst du den? Nein, deswegen Aber Tirol lebt doch vom Fremdenverkehr Eigentlich müsstest du jetzt wahnsinnige Werbung machen für Tirol Dass die Leute da hinkommen sollen Skifahren Oder noch besser sagen Tirol ist im Sommer genauso schön Der Tourismus ist schon wichtig so Ist 6% vom Gesamt-Welt-Tourismus Die fährt nach Tirol Ja, 6% macht das aus Das ist ja enorm Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Ich bin dann stolz gerade Weil ich doch erst Geografie und Wirtschaftsprüfung abgelegen habe Und das muss ich jetzt gleich rauspauen und so Alles was ich gelernt habe Und da wird gefragt, wie viel Prozent des Welt-Tourismus Ich finde Tiroler Dialekt toll Ja? Ja Aber die meisten Deutschen machen ja sofort den Wiener Dialekt Ja völlig falsch, weil sie glauben alle würden Völlig falsch Sag mal was auf Tirolerisch Sag du zuerst was, dann kann ich drauf nicht warten Ja klar, weil ich habe einen Tiroler Sänger gekannt Und das war für mich so schon relativ nah an der Schweizer Das klingt wie ein besoffener Schweizer, wollte ich gerade sagen Ja, aber seid ihr das nicht? Wir sind alles besoffene Schweizer Ja, sagen wir was auf Tirolerisch Ähm, ähm, sag noch was, sag noch was Ja, jetzt erklär doch mal deinen Tiroler Freunden, wie das so ist Bei WIWO in Köln Ja, da bin ich jeden Tag gleich auf Sendung ein Wengerl Ein Wengerl ist schon mal, boah, jetzt strafen mich alle Tiroler Ähm, also da heisst es nicht ich, sondern ich Also ich bin heute zu Harald Schmidt gefahren Und dann schaue ich einmal, dann auch rufe ich meine Mama an Weil meine Mama muss ja auch wissen, was da abgegangen ist Aber du auch nett warst zu mir So Das ist aber toll, das hat was Ja, aber es versteht mich niemand Ja, das ist ja verständlich Ja, also bei WIWO haben sie mich am Anfang wirklich nicht verstanden Inzwischen übernehmen sie aber ein paar Eigenarten Zum Beispiel? Also wenn ich sage, mir ist fad, das heißt mir ist langweilig Ja Verstehen sie das halbwegs Wer fährt denn von uns? Wer hat denn Zeit? Wer kriegt denn noch beide Beine auf den Rasen? Wer ist jetzt nachnominiert? Jörg Böhm und Lars Ricken sind nachnominiert Jawoll Jetzt aber auch Schluss, die Meldefrist ist vorbei Ja, ich wäre aber beleidigt, wenn ich nachnominiert würde Ich würde nicht kommen Wieso das denn? Ja, was ist das denn? Du bist jetzt eindeutig zweite Wahl Lars Ricken wurde mit großem Brimborium nicht nominiert Und jetzt plötzlich heißt Lars, pack mal die Koffer, weil die anderen sind krank Aber psychologisch wichtig, wir haben jetzt ein Team von hungrigen, gierigen Anfängern und Aufhörern Ja Wirklich Und bisher hatten wir doch immer den Ärger, ein Oldie-Spielmacher Letztes Mal Matthäus bei der WM, bei der Europameisterschaft und so weiter Immer die Diskussion, brauchen wir noch, er kann ein Spiel lesen und so weiter Ja, da fällt mir übrigens ein, wir müssen in unseren Fanartikel-Shop, die Fanartikel-Shop, die Fußballfrauen holen Klamotten nach der Trennung Ausrüstung anbieten Das habe ich jetzt mehrfach gesehen, das ist eine Baseballmütze mit solchem Schild, weit über die Augen und Sonnenbrille Wo man dann nochmal geht und alles nimmt Also, Lars Ricken, Böhme, Klose Ja, riesig, Schneider auf der Außenbahn, Ballack-Zentral Olli, macht hinten eh alles dicht Haben wir einen Torwart, der auf eine Parfümflasche ausrutscht? Hallo Spanien Sind das eure Superstars in Hotels auf eine Parfümflasche ausgerutscht? Das ist doch unglaublich, oder? Wenn du das für ein DFB-Spiel behaupten würdest, würde der DFB dich anzeigen Ja Wenn ich sagen würde, unser Kapitän ist auf der Parfümflasche ausgerutscht im Hotel Würde es heißen, nein, wir benutzen kein Parfüm Also, Top-Situation für das deutsche Team Hochmotiviert Ja Es lastet kein Druck Niemand erwartet, dass wir eigentlich ins Viertelfinale kommen Wir können befreit aufspielen Genau Wir können alles zeigen, was in uns steckt Wir können die Räume eng machen Wir können Vorchecking spielen Wir müssen Tackling machen Wir können, wir können, äh Wie heißt das dieses Vorchecking im Mittelfeld? Pressing Ja Sehr gut Ja, Pressing Pressing müssen wir machen Wir müssen sehr viel Pressing machen Wir müssen schnell spielen und jeder muss alles können Deswegen ist zum Beispiel Toni Polster aussortiert worden Den Herr Andag Warst du Toni Polster Fan hier in Köln? Nicht wirklich nein Er wurde aussortiert, weil er das moderne Fußballspiel nicht kapiert hat Das heißt, jeder Spieler muss alles machen Es genügt nicht, sich vorne reinzustellen und warten, bis die Flanken kommen Etwa das, was ich abends in der Show mache Ja Sie kann den Schreibtisch setzen und warten, bis die Witze kommen Nein Man muss auch mal nach hinten aushelfen, wo die Witze... Wenn die Witze brennen Das ist moderner Fußball In diesem Zusammenhang haben wir jetzt alles gesagt Ja Was muss ich noch nicht sehen? China gegen Costa Rica Das ist natürlich wirklich ärgerlich Oh ja, ja, ja Um 8.30 Uhr in Gwangju Wo ist eigentlich Gwangju? Südkorea Ist das Südkorea? Glaub schon Man weiß ja gar nicht, wo das ist Man weiß auch nicht, ist es eine Stadt oder... Unser heutiger Gast ist, wie man in ihrer Heimat sagt, ausgesprochen Fisch Oh ja Sie ist 20 und sie kommt aus Tirol Und wir haben sehr selten Gäste aus dem schönen Tirol Eines der schönsten Bundesländer in Österreich Sie kommt aus Innsbruck Sie ist 20 Jahre alt, sie moderiert für Viva Plus Und sie macht zur Zeit noch ihr Abitur Und das finde ich das Faszinierende Mit einer Spezialvereinbarung geht sie in eine Abendschule Und schreibt ihre Prüfungen an speziellen Daten Damit sie hier für Viva weiter arbeiten kann Sie ist glaube ich die erste bei Viva, die überhaupt mit einem Abitur in Berührung kommt In diesem Zusammenhang, ich hoffe unserem lieben Freund Mola Adibisi geht das schon wieder richtig gut Oh ja, klar Ja, das war mein Lieblingssatz übrigens in diesem Jahr Tut's weh, Herr Adibisi Hab ich gesehen bei Günter Jauch, Stern TV, als Mola Ich hatte gedacht, der Unfall wäre viel schlimmer verlaufen Ist es zum Glück nicht Und dann wurde, glaube ich, ein Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt Und der Arzt zog die Ferien und sagte Tut's weh, Herr Adibisi Irgendwie ein Satz, der mich fasziniert hat Ja Rein durch den Klang, rein durch den Rhythmus Tut's weh, Herr Adibisi Besser als manches Parteiprogramm Tut's weh, Herr Adibisi Und mein Gast heute aus Tirol, 20 Jahre alt, Fisch Intelligent, war mit 12 Jahren schon Schachmeisterin Heute zum ersten Mal bei uns, Miriam Weichselbraun Miriam Weichselbraun Also unsere Band immer auf dem Kiwi Jede Aktion wird mit einem Geräusch begleitet Tut's weh, Herr Adibisi Danke, Sven Susanna, meine Damen und Herren, ist krank Unsere Kollegin hier mit den Karten wird heute vertreten von unserer lieben Kollegin Julia Auch nicht zum ersten Mal Susanna, krank Thema heute war Autobahn Putt und USA Pleite So, sonst keine besonderen Vorkommnisse, keine geboten, nichts Nein, hast du Susanna auch richtig geschrieben? Mit Z Das ist so, wenn ich eilig bin, weil wir heute so viele tolle Themen haben, habe ich Susanna Sessionell geschrieben Susanna mit Z Nur noch 10 Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht oft gefragt Woher kommt dieses fulminante Fachwissen bei Herrn Schmidt und Herrn Andrag Vor allem bei Herrn Andrag, aber auch mein Fachwissen im Bereich Fußball ist